Hallo liebe Gartenfreunde und herzlich willkommen zu diesem spannenden Video. Heute geht es um ein Thema, das uns alle interessiert, den erfolgreichen Anbau von Kartoffeln. Aber wir haben einen besonderen Dreh. Wir haben unsere Kartoffeln in Kartoffelpflanzsäcken angebaut. Es war unser erster Test und die Ergebnisse waren einfach unglaublich. Bevor wir mit weiteren spannenden Informationen fortfahren, möchten wir eine kleine Pause einlegen und sie direkt ansprechen. Haben Sie bereits Erfahrungen im Anbau von Kartoffeln gemacht? Vielleicht sogar auch in Kartoffelpflanzsäcken? Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie Ihre Geschichten und Tipps mit uns und der Community in den Kommentaren teilen würden. Es ist immer interessant, verschiedene Methoden und Herangehensweisen zu sehen. Und wenn Ihnen dieses Video bisher gefällt, zögern Sie nicht, es zu teilen. Teilen Sie es mit Ihren Freunden, Ihrer Familie oder jeder Person, von der Sie denken, dass Sie von diesen Tipps profitieren könnte. Und wenn Sie keine zukünftigen Updates und Tipps rund um das Thema Garten und Pflanzen verpassen möchten, klicken Sie bitte auf den Abonnieren-Button und aktivieren Sie die Benachrichtigungsglocke. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Jetzt aber zurück zu unserem Thema. Wir haben noch einige großartige Tipps für Sie in petto. Wir wussten, dass Kartoffeln im Allgemeinen pflegeleicht sind, aber die Kartoffelpflanzsäcke haben die ganze Erfahrung noch einfacher gemacht. Und lassen Sie sich von der Menge an Kartoffeln, die wir geerntet haben, überraschen. Sie sind der lebende Beweis dafür, dass man keinen riesigen Garten braucht, um eine erfolgreiche Ernte zu erzielen. Jetzt möchten wir einige wichtige Tipps für den Kartoffelanbau mit Ihnen teilen. Wählen Sie einen gut durchlässigen Boden. Achten Sie auf ausreichende Sonneneinstrahlung. Vermeiden Sie übermäßige Bewässerung, denn Kartoffeln mögen keine nassen Füße. Achten Sie auf Schädlinge und Krankheiten und behandeln Sie diese rechtzeitig. Das Tüpfelchen auf dem I war der Kartoffeldünger von Flora Boost. Dieser speziell formulierte Dünger hat unseren Pflanzen alle notwendigen Nährstoffe bereitgestellt und die Ernte deutlich verbessert. Sie können diesen großartigen Dünger in unserem neuen Online-Shop unter www.flora-boost.de erwerben. Sie sind neugierig auf die Kartoffelpflanzsäcke geworden? Kein Problem. Wir haben einen Link zu den Säcken in der Videobeschreibung unter diesem Video für Sie hinterlegt. Ein weiteres wichtiges Thema, das wir in diesem Video behandeln möchten, ist die Lagerung Ihrer selbst angebauten Kartoffeln. Wenn Sie, wie wir, eine reiche Ernte haben, ist es entscheidend, die Kartoffeln richtig zu lagern, um ihre Haltbarkeit zu verlängern und den Geschmack zu bewahren. Sortieren Sie die Kartoffeln? Sortieren Sie die Kartoffeln nach der Ernte. Verwenden Sie beschädigte oder kleine Kartoffeln zuerst und lagern Sie nur gesunde, unversehrte Exemplare. Trocknen Sie die Kartoffeln. Bevor Sie Ihre Kartoffeln lagern, lassen Sie sie an einem trockenen, gut belüfteten Ort für einige Stunden oder sogar einen Tag trocknen. Dies hilft, überschüssige Feuchtigkeit zu entfernen. Dunkelheit ist wichtig. Lagern Sie die Kartoffeln an einem dunklen Ort, da Licht die Bildung von Solanin fördert, was die Kartoffeln bitter und ungenießbar macht. Richtige Temperatur? Der ideale Lagerort hat eine konstante Temperatur von etwa 7 bis 10 Grad Celsius. Zu warme Lagerbedingungen fördern das Keimen, während zu kalte Bedingungen den Stärkegehalt in Zucker umwandeln und den Geschmack beeinträchtigen können. Luftfeuchtigkeit? Achten Sie auf eine hohe Luftfeuchtigkeit von etwa 80 bis 90 Prozent, um Austrocknen zu vermeiden. Luftzirkulation? Eine gute Luftzirkulation hilft, Schimmelbildung zu verhindern. Vermeiden Sie daher das Lagern in luftdichten Behältern. Einige Leute verwenden Holzkisten oder Netzsäcke zur Lagerung. Es ist auch hilfreich, die Kartoffeln regelmäßig zu überprüfen und faulende oder keimende Exemplare sofort zu entfernen. Mit diesen Tipps können Sie Ihre Kartoffelernte länger genießen und das Beste aus Ihrer harten Arbeit im Garten machen. Und wenn Sie den ultimativen Boost für Ihre nächste Kartoffelernte suchen, denken Sie an den Kartoffeldünger von Flora Boost, erhältlich in unserem Online-Shop. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir hoffen, dass Ihnen die Tipps und Tricks in diesem Video gefallen haben. Aber das ist noch nicht alles. Im Anschluss an dieses Video haben wir etwas ganz Besonderes für Sie. Ein exklusives Informationsvideo, das sich ganz auf unseren Flora Boost Pflanzendünger konzentriert. Sie möchten wissen, warum Flora Boost die beste Wahl für Ihre Pflanzen ist? Sie sind neugierig auf die wissenschaftlichen Fakten hinter diesem Produkt? Oder möchten einfach nur sehen, wie dramatisch sich Flora Boost auf das Wachstum und die Gesundheit Ihrer Pflanzen auswirken kann? Dann sollten Sie das nächste Video nicht verpassen. Also, bleiben Sie dran und erfahren Sie alles, was es über Flora Boost zu wissen gibt. Wir versprechen Ihnen, es wird aufschlussreich und spannend. Vielen Dank fürs Zuschauen! Wenn Sie wie wir eine ertragreiche Kartoffelernte erleben möchten, dann sollten Sie definitiv unseren Flora Boost Kartoffeldünger ausprobieren. Wir würden uns über Ihre Bestellungen freuen und sind gespannt auf Ihre Erfolgsgeschichten. Vergessen Sie nicht, unser Video zu liken und unseren Kanal zu abonnieren, um keinen unserer Gartentipps zu verpassen. Bis zum nächsten Mal! Sie wissen es vielleicht nicht, aber genau wie Menschen brauchen Ihre Pflanzen eine ausgewogene Ernährung. Eine Ernährung, die Ihre Bedürfnisse erfüllt und sie gesund und stark macht, dazu eine hohe Qualität und Quantität der Fruchtproduktion garantiert. Flora Boost ist ein Pflanzendünger, der zu 100% aus natürlichen Inhaltsstoffen besteht. Ein Nahrungsergänzungsmittel für Ihre Pflanzen, das den Mineralstoffbedarf Ihrer Pflanzen deckt und Ihnen hilft, unter allen Bedingungen kräftig und gesund zu gedeihen. Mit einer perfekten Zusammensetzung der Inhaltsstoffe wurde Flora Boost von Experten entwickelt. Es ist immer wichtig zu wissen, was Ihre Pflanzen brauchen. Mit dem Flora Boost Pflanzendünger versorgen Sie nicht nur Ihre Pflanzen, Sie schützen damit auch die Umwelt und Tierwelt. Wir bieten eine große Auswahl an verschiedenen Düngemitteln für fast alle Pflanzen. Unsere Düngemittel gibt es in verschiedenen Sorten für Gemüse wie Gurken und Tomaten bis hin zu verschiedenen Fruchtgehölzen und Zierpflanzen. Flora Boost für Indoor- und Outdoor-Pflanzen. Flora Boost ist ein Qualitätsprodukt und erfüllt die Ansprüche vom Hobbygärtner bis hin zum Landwirt. Als Flüssigdünger ist Flora Boost sehr ergiebig und leicht zu dosieren. Direkt vom Hersteller ist Flora Boost im Onlineshop unter www.flora-boost.de erhältlich.